Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Maragin! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das einfach getrunken? Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederflüchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion nur behindert! Es hat mit denen nur ein Sitzige... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um da alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie... Ich war nie auf einer Akademie... Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt... ... ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie war gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Ich bin in der Mitte von den Kopf! Wommer Sie, was Sie anbiett haben! Ich bin in der Mitte von den Kopf! Ich bin in der Mitte von den Kopf! Vielen Dank.